Musik Erstmal Servus! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Biskoststunde. Wir machen heute eine richtig leckere Eierspätzlepfanne. Das ist natürlich eine leichtere Variante als meine berühmten cremigen Kässpätzle. Und ich freue mich natürlich auch richtig, euch diese schmackhafte Variante einer Spätzlepfanne euch zu zeigen. Und ich wünsche euch jetzt schon mal richtig viel Spaß. Und ich möchte das heute so zubereiten wie bei einem koreanischen Straßenessen. Like a Korean Street Food. Dabei steht der Wok im Mittelpunkt und alle anderen Zutaten sind schon vorbereitet. Deswegen schneiden wir die Zwiebeln klein, auch den Speck und wir raspeln noch Käse. Weiter rühren wir dann schon mal den Teig für die Spätzle an, weil die müssen nachher auch schon fertig gekocht sein. Und bei der Spätzle gibt es einfach den klassischen Teig. 400 Gramm Mehl, 4 Eier, 210 Milliliter Wasser und ein bisschen Salz. Und für die Spätzle braucht man natürlich einen Kochtopf voll mit Salzwasser. Und da geben wir in das Wasser richtig viel Salz hinein. Also ich kann die Spätzle entweder mit der Spätzlepress, mit der Spätzlereibe oder mit dem Spätzlebrett herstellen. Aber dieses Mal nehme ich die Reibe, weil ich möchte eigentlich mehr Knöpfle haben. Die sind für so einen Wok einfach besser. Die kann man dann einfach besser durchrühren. Ja, apropos Wok, in den geben wir Butterschmalz und in die Pfanne, wo nachher die Pilze, die Champignionpilze hineinkommen, geben wir noch ein bisschen Rapsöl rein. Und für die Eierspätzle brauchen wir natürlich auch noch mal Eier und die bereiten wir dann mal schon vor und geben Milch hinzu. Man könnte theoretisch daraus auch Rührei machen. Jetzt haben wir alles vorbereitet. Jetzt fehlen nur noch die Spätzle, weil sobald die Spätzle fertig sind, kommen sie auch in den Wok hinein. Damit sie nicht so stark zusammenkleben, weil sie sollen nachher schön locker in dem Wok sich verteilen können. Und dann geht es schon los. In die eine Pfanne geben wir die Pilze und in die andere Pfanne, also sprich in den Wok, geben wir schon den Speck hinein. Natürlich wie Korean Steed Food mäßig, hohe Hitze mit viel Fett. Und wegen der hohen Hitze geht es jetzt Schlag auf Schlag. Schon kommen gleich die Zwiebeln mit hinzu und gleich danach auch schon die Spätzle. Das Ganze ist schnell fertig. Natürlich müssen wir die Pilze auch noch würzen mit Salz und Pfeffer. Das darf man nicht vergessen, sonst schmeckt es langweilig. Und man darf jetzt auch nicht in der Wohnung umeinander laufen, weil jetzt bei der hohen Hitze muss man am Herd bleiben. Ja und jetzt kommen die Spätzle ins Spiel. Da geben wir, sage ich mal, die Hälfte von den gemachten Spätzle in die Pfanne. Die sind nämlich noch warm und kleben nicht so stark aneinander, sodass man das jetzt schön im Wok verteilen kann. Und ich habe immer noch eine richtig hohe Hitze. Natürlich in der Pfanne. Ja, auch noch nach der Pilze gucken nicht vergessen. Und die Spätzle immer durchrühren. Immer wenden, like a Korean Steed Food Maker. Natürlich bräunen jetzt die Spätzle an. Aber das möchte ich ja. Da gibt es nachher richtig kräftigen Geschmack, den ich haben möchte. Wir geben nun die Eier hinzu und rühren kräftig durch, damit sich die Eier um die Spätzle legen. Den Käse geben wir dann auch gleich hinzu. Der kommt auch rein, den brauchen wir jetzt. Also wie ihr seht, ihr habt einfach keine Zeit, irgendwas vorzubereiten. Das muss jetzt echt schnell gehen und somit sind alle Zutaten im Vorfeld schon vorbereitet worden. Nun geben wir frisch vom Wok das Ganze auf einen Teller, geben dann noch die Pilze drüber. Ja, ich mag noch gern einen Salat dazu, den habe ich im Vorfeld schon gemacht. Und dann können wir das leckere Gericht auch schon verspeisen. Ein Gericht, wie ich es haben möchte. Ja, also probiert es mal, bereitet alles vor und dann alles in den Wok. Bei hoher Hitze. Es ist wahnsinnig lecker, aber wie ihr seht, wir sind wieder beim probieren angekommen und da wisst ihr auch natürlich, dass wir am Ende angekommen sind, bei dieser Folge von Nobby's Korstunde. Es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und ich würde mich natürlich auch tierisch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobby's Korstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.